Der Füfer und Zwickli Schon das Sprechwort sieht, dass man bei das noch schwer haben kann. Und so ist es dann auch, wenn es um den öffentlichen Verkehr geht. Man kann nicht meinen, dass alle 15 Minuten ein Bus in alle auch noch so abgelegenen Winkel im Land fährt, dass das aber nichts kostet. Qualität kostet. Und wenn man das Budget kürzt, muss man davon ausgehen, dass auch die Qualität nachlässt. So war es dann noch bei Lehmobil. Der Landtag hat den Staatsbeitrag an das Busunternehmen vor einem Jahr drastisch gekürzt. Öffentlichen Verkehr ja, aber Kosten soll es möglichst nichts. Jetzt mussten aber sogar die Landtagsabgeordneten einsehen, dass es ein Eigentor war. Der Staatsbeitrag muss höher sein als 14 Millionen Franken. Das hat es letztes Jahr gezahlt. Die Lehmobil hat nämlich kaum das Grundangebot aufrechterhalten können, geschweige denn Verbesserungen für die Fahrgäste anzubieten. Also hat der Landtag jetzt den Staatsbeitrag weder um eine halbe Million Franken erhöht. Das ist immerhin etwas. Jetzt kann man scheinbar wenigstens den Stand von 2013 wiederherstellen. Der Vorschlag der freien Liste, den Staatsbeitrag auf 15 Millionen Franken zu erhöhen, ist abgelehnt worden. Klar will man den ÖV fördern. Es ist ja für das Wachstum der Wirtschaft wichtig. Aber so wirklich, wenn sich die meisten Landtagsabgeordneten doch nicht für den ÖV einsetzen. An Abgeordneten, dass er gerne einen besseren Fahrplan hat, noch dann wird er auch Bus fahren. Aha, dafür für uns wickeln will man. Aber zahlen will niemand dafür. Vorschlag, das Land spart sich das Geld für Aktionen zum Umsteigen. Man steckt es gescheiter direkt in die Lehmobil. Dann passiert das Umsteigen automatisch, weil der Fahrplan dann auch besser wäre. Mensch, das liegt gerade an der Routine des Kurs. Es war dann immer noch ein bombarder Pater, dass er nicht hat. Mensch, nein, was nicht das Geld für Aktionen zum Umsteigen. Ein Britannisch war es im Allergärmlichen Urlaub. 必殺. Vielen Dank.